Musik Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen aus Münster, beziehungsweise eigentlich heute am Sonntagmorgen aus Haviksbeck. Ja, wir waren ja gestern zum Booktuber-Treffen in Münster. Der liebe Thorsten hatte eingeladen und so habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, zusammen mit der lieben Tanja aus Berlin hierher zu fahren. Wir hatten einen tollen Samstag in Münster. Wir werden uns dann heute auch noch ein bisschen was ansehen. Jetzt gibt es erst mal Frühstück und die ersten Eindrücke für euch vom gestrigen Booktuber-Treffen und Münster entdecken. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß. So wie ich das liebe, Männer. Hallo, ich bin noch gar nicht gemacht. Danke. Wir machen Crepe. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020